Die Retromobil in Paris ist alljährlich im Februar Treffpunkt für die Oldtimer-Szene aus der ganzen Welt. Auch wenn sich die Retromobil inzwischen vor allem als Verkaufsmesse versteht, bietet sie Besuchern zwischendurch auch die Möglichkeit, einige der sorgfältig zusammengestellten Markenjubiläen oder Sonderausstellungen zu betrachten. Das diesjährige Highlight der Sonderausstellungen war die zuvor noch nie außerhalb Italiens gezeigte Vielfalt von Bertone-Konzeptstudien. Organisiert hatte diese gelungene Präsentation der italienische Oldtimer-Verband ASI. Bertone – der Name steht für klare Linien. Klar und kantig ist das Design des Rainbow. Auch die Seitenlinie unterstreicht die Keilform. Zuerst vermutet man eine Designstudie für den Fiat X1, der übrigens auch von Bertone gestaltet wurde. Doch das Branking Horse am Heck des Fahrzeugs verrät es schon. Es handelt sich um den Prototypen des Ferrari 308 GT aus dem Jahr 1976. Bertone konnte aber Ferrari nie als Kunden gewinnen. Für italienische Temperaturen mit Sonnenscheingarantie waren sicherlich der Suzuki Go von 1972 und der Autobianki Runabout von 1976 ausgelegt. Ein Dach war nicht einmal geplant. Der Suzuki Go mit einem Bacchetta-förmigen Karosserie sollte ein Hybrid zwischen Spaßmobil und einem Pick-up sein. Die Idee war es, auf der Ladefläche ein Motorrad zu transportieren und gleichzeitig einen zweisitzigen Beach-Buggy zu besitzen. Die hochpolierten Felgen tragen großprofilige Reifen. Der keilförmige Auto Bianchi Runabout war ein weiteres Highlight der Ausstellung. Das Design war seinerzeit weit voraus. Die Scheinwerfer am Überrollbügel befestigt ermöglichen die deutliche keilförmige und spitz zulaufende Seitenlinie. Ein Mittelmotor sorgt für die perfekte Gewichtsverteilung. Das Design wurde stark von den damaligen Speedboats inspiriert. Der Runabout gilt als Pate für das spätere Design des Fiat X1. Ein weiteres Pick-up-Konzept stand direkt neben dem Suzuki Go. Die BMW Pixter-Studie von 1998. Aufgebaut wurde die Design-Studie auf dem Chassis des BMW 528. Ein großer Front-Spoiler, der eher an einen Sportwagen erinnert, was bei geplanten 320 PS kein Wunder ist. Ein Gimmick ist der Rücksitz im Freien und die damals neuartigen Run-Flat-Reifen. Eine Überraschung war auch das Familienkonzept von Lamborghini, der Genesis von 1988. Nuccio Pertone versuchte in der Studie die sportlichen Attribute eines Sportwagens mit den praktischen Eigenschaften eines Vans zu vereinen. Chassis aus dem Espada, Mittelmotor aus dem Countach. Den keilförmigen Look erreichte er durch die Gestaltung der seitlichen Fenster. Die Chevrolet Corvette-Studie Ramaro, grüne Eidechse, wurde 1984 in Las Vegas gezeigt. Sie basiert auf der Corvette C4, wurde aber optisch sehr verändert. Das Cockpit liegt weiter hinten und auch hier wurde für eine verbesserte Aerodynamik eine keilförmige Karosserie gestaltet. Besonders zu erwähnen sind die nach vorne gleitenden Türen. Im Innenraum sieht man, dass auch das Interieur der damaligen Zeit angepasst wurde. Das Armaturenbrett ist quadratisch und funktional gestaltet. Ein überraschendes Design bot der Volvo Tundra von 1979. Auf der Retromobil ein absoluter Hingucker. Volvo stellte das Projekt allerdings damals zurück, da innen der Tundra zu extrem erschien und bezweifelten, dass dieses Design Absatz finden würde. Aus der ersten Zusammenarbeit zwischen Citroën und Bertone wurde der Citroën Karmark im Jahr 1972 geboren. Die Design-Studie erinnert schon sehr an den Citroën BX. Neben der Bertone-Ausstellung war die große Ausstellung der tschechischen Automobilfirma Tatra eine echte Überraschung. In Zusammenarbeit mit dem Technischen Museum und privaten Sammlern wurden fast alle bedeutenden Tatra-Modelle zusammengetragen. Beginnend beim allerersten Tatra-Kutschenfahrzeug über den Typ 11 und den stattlichen Typ 70 als Staatslimousine waren alle wichtigen Stationen der Marke zu sehen. In den 1930er Jahren begann Tatra mit der Entwicklung der aerodynamisch geformten Modelle mit Heckmotor. Der Tatra 96 gilt sogar als Vorreiter für den Volkswagen Käfer. In einer Reihe aufgestellt war die Evolution dieser beeindruckenden Tatra-Modelle wie der Typ 77, der Tatra mit dem großen Heckflügel Typ 87 und weiteren heckgetriebenen Modellen zu sehen. Bei den Herstellern wurden in diesem Jahr einige Jubiläen gefeiert. Alfa Romeo zeigte zum 110. Firmenjubiläum an ihrem Stand das allererste Alfa Romeo-Modell, das jemals gebaut wurde. Citroën feierte gleich zwei Jubiläen. Zum einen den 50. Geburtstag des Citroën GS und ebenfalls 50 Jahre Citroën SM. Fiat feierte 40 Jahre Panda und Skoda 125 Jahre Firmenhistorie. Renault zeigte vergessene Prototypen, wie zum Beispiel den Renault Prototyp H von 1969 oder auch den Rennwagen Renault Rifar basierend auf dem Renault 4 CV. Wer aufmerksam über die Messe lief, konnte einige echte Raritäten finden, wie den Renault 750 Sport von 1954, der ebenfalls auf dem 4 CV basiert. Gerade bei den Clubständen waren seltene Exemplare der französischen Automobilgeschichte zu finden. Das Thema Elektromobilität durfte natürlich nicht fehlen. Und die ausgestellten Exemplare zeigten, dass die Elektromobilität kein neues Thema ist. Porsche präsentierte den Lohnerwagen, Peugeot seinen E-Kleinwagen von 1941. An einem Clubstand war der Bugatti Typ 56 mit 1 PS Elektromotor zu sehen. Gleich daneben der Rosengard von 1938 ebenfalls mit Elektroantrieb. Wer es schaffte, auch bis in die letzte Halle der Retromobil zu spazieren, konnte außerdem die Ausstellung von Schleppern und Traktoren von großen Automobilherstellern sehen. Lamborghini, Porsche, Alfa Romeo und anderen botenbeeindruckende Maschinen für den Acker ausführlich und beeindruckend zusammengestellt. Sie haben die Ausstellung von Schleppern und Traktoren ausführlich und beeindruckend